Musik 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 Viele gerichterische Behauptungen wurden von Katar gegen die arabischen Bukitlinder getreten, im Königreich Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Imarat, Ägypten und Bahrein geführt. Die zivilischen Spots und die Politik und die Wirtschaft verhindern, aber alle diese Verluste scheiterten. Und das Katarische Regime hat es versehen, um seine falschen Behauptungen zu beweisen. Und in den letzten zwei Jahren hat Al-Hamdin Organisation viele internationale Gerichterische aus einer anderen Sitzung gegen das arabische Quartier gefolgt, aber alle verloren. Und diese Lüge des Katarischen Regimes wurde von der Katarischen Oppositionen Rada al-Sani aufgedeckt und sagte, dass alle Fälle von Katar gegen die Vereinigten Arabischen Imarat und die Bukitlinder vergebrachten und wahr sind und nicht exzitieren. Deshalb hat Katar alle Fälle verloren. Und die wichtigsten Schläge, die das Katarische Regime in den letzten zwei Jahren verloren hat, betroffen die BNH-Bot-Sportekanal. Und diese können erlitten, weiter erschienen die justizischen Schläge. Die auf finanziellen Ebene schweren Verluste verursachten, zumal sie mehrere justizischen Kämpfe gegen Saudi-Arabien verloren haben. Und die Verluste des Katarischen Regimes mit dem Vereinigten Arabischen Imarat seiten, bezogen sich auf die Behauptungen von Al-Hamdin Organisationen, in denen die Vereinigten Arabischen Imarat angeklagt wurden. Dass die Vereinigten Arabischen Imarat rassistische Maßnahmen gegen die Bürger von Katar praktizieren, die in den Vereinigten Arabischen Imarat leben. Aber in den gerichtlichen internationalen Justiz enthalten die Vereinigten Arabischen Imarat, die für Lüge, die Lüge von Al-Hamdin Organisationen, durch die Bereitstellung von einigen Akten, die die Unwahrheit des Katar-Behauptungen belegen. Aber die Vereinigten Arabischen Imarat haben sich bemühen, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017